so frühjahrsputz auch schon vorbei herzlich willkommen leute auch jetzt wird es dunkel aber insgesamt ist es hell kann man schon sagen es ist ein sonniger tag obwohl es noch kalt ist wie man sieht wir müssen uns warm anziehen und am ende wo ist lia kann wir gehen tiere füttern muss nulli oh mein gott moment so hund fehlt aber mütze ist wieder da und schweine erwarten freudig ihr mittagessen kein stress hier erika ist okay let's go so ich weiß nicht mehr was ich gefilmt habe damals irgendwas von wegen aufnahme situation im studio zur lektion in demut ich denke bilder sagen mehr als worte an ich glaube jetzt kommt dieser wahnsinnig komische podcast wo nur schrott passiert aber nee stimmt überhaupt nicht das ist nicht der podcast wo wirklich nur schwachsinn passiert sondern hier wird tatsächlich auch kreativ unproduktiv gearbeitet ich freue mich der release rück näher man könnte auch sagen der release rück näher aber das wäre falsch frühjahrsputz wissen schon bäume alle ab sicht luft für die anderen bäume die natürlich alle da bleiben so wird jetzt ordnung gemacht langsam aufmerksame beobachter sehen der holländer ist nicht da macht aber nix der kommt wieder keine sorge studio wird irgendwann fertig in den nächsten 100 jahren und die hunde haben hunger auch wenn es nicht ganz so nach aussieht bis später leute bleibt dran bleibt dabei stay keep it up und nicht so kader wünsche ich euch wegen feier rai bye bye schön weiß sehe ich aus das ist erst wieder lebende tod ist ja los morgen so fühle mich aber gar nicht wie ich aussehen das sind nur die scheiß farben von meiner kleinen kamera die herren waren schon wieder irgendwie um 7.30 am start obwohl sie zu mir gesagt haben es geht erst um 12 los ist aber okay habe ich mir erspart frühstück zu machen ganz cool und jetzt wird gebraucht wie ihr seht was haben wir denn gestern gemacht seelenlos seelenlos in einem rutsch sound setup seelenlos 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 mahlzeit mies seelenlos 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 in einem rutsch und jetzt kommt jetzt kommt wo ist dein paradis splendid might beautiful just beautiful tolles bild muss man ein bisschen stehen lassen auch mal ich kann nicht mal länger den bauch anziehen ich kann nicht so viel 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 Oh, Mortimer, der Mix ist sehr gut, es ist fantastisch, top banana, top pizza, great. Und das sind jetzt quasi die acht Eingänge, die acht Eingänge. Benni ist schon weg oder was? Der Drummer? Wir haben es gar nicht wieder gesehen, vielen Dank. Third day today. Ja, wir wollten jetzt auch mal schauen, wir haben hier einen Vergleich. Brown-Up Phantom gegen Brown-Up VLMX. Versus The D. Check it out, I'm speaking in two microphones at one time. Machst du jetzt anwechselnd ab und an, äh, ich meine abwechselnd an und aus? Nö, lassen einfach beide laufen. Ich soll entscheiden, wie es besser klingt, super. Vier auf gleicher Level machen, Brown-Up. Die vier? Die vier. Auf gleicher Level. Vier auf gleicher Level. Ja, ja, ja. Ich rapp die Scheiße raus, Alter. Ja, ja. Ich rapp die Scheiße raus, Alter. Ja, ich rapp die Scheiße. Moment mal, stimmt aber was nicht. Eine klingt ganz anders. Ja, ja, ja. Tö, eins, zwei. Tö, was sagt man da? Vor allem vor der Kamera immer so. Tö, mal was rappen. Yo, hey, hey. Wer fährt grad nicht sein. Fährt nicht sein, fährt nicht sein. Ich und meine Mutter. Ha, 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 ha. Yeah, 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 yeah. I feel like the double D. On the one hand. On the one side. On the other side. You know, saying, nah man, it's left to right. From side to side. Mal ganz kurz, ein Mikrofon, das P ging, hat und das andere. Los geht's. Schuss Servление was elf in Grecchio. Wenn seine Er Found his ever in 1 eisch mode war. 칠 Rich später. Auf prakt. Im一下 er amplich. Hurra. Kann�mmmない. Ei, kamenati da ab. Ja Untら gemacht was läuft der doch.